Let's Play Koudelka Ich dachte mir, da wir beim letzten Mal den Behälter gefunden haben und ich jetzt hier quasi in der Nähe bin, in Anführungsstrichen, der Weg war ehrlich gesagt ganz schön weit, dass ich mir das jetzt hier zuerst einmal anschaue, denn es liegt schon sehr, sehr lange zurück, seit wir das letzte Mal hier gewesen sind und ich konnte hier bis dato nichts machen, weil mir besagter Behälter gefehlt hat und den führen wir jetzt mit uns, insofern sollte es jetzt hier Progress geben und den gibt es auch. Möchtest du etwas Säure aus dem Tank entnehmen? Ja, bitte. Eigentlich bräuchten wir auch Wasser, ich bin nämlich auf dem Weg hier hin, du hast eine Säureflasche. Wir sind auch immer mal wieder an so einer versteinerten oder zugemauerten Tür vorbeigelaufen, da hieß es immer, dass man glaube ich Wasser oder sowas drüber kippen soll. Vielleicht kommen wir auch mit der Säure weiter, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir sie jetzt erstmal. Objekte, Ausrüstung, Säureflasche. Eine mit Säure aus dem Kellertank gefüllte Glasflasche. Das sieht ein bisschen aus wie Zitronenwasser, wenn man das so sieht, als wären da irgendwie so Scheiben drin, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz so gesund, würde ich jetzt mal behaupten. Hm, aber was wir da für einen Verwendungszweck haben? Keine Ahnung, der Tank scheint leer zu sein. Hm, okay, einen weiteren Behälter haben wir ja nicht, sonst hätte ich gesagt, vielleicht können wir hier irgendwie noch Wasser oder sowas abschöpfen, mitnehmen. Es wäre halt mega hilfreich, ich will mal eben kurz gucken, weil hier war doch immer so eine verrammelte Tür. Da kamen wir aber nach wie vor nicht durch, oder geht das inzwischen? Ja toll, der Kampf, der kommt gerade ungelegen. So kurz vor der Beantwortung meiner Frage, ich bin da übrigens geflüchtet, weil mir die Gegner hier zu schwach sind. Die Tür ist zerstört, sie kann nicht geöffnet werden. Schade, ich dachte, wir könnten mit der Säure, die wir da, keine Ahnung, wohin kippen, irgendeinen Mechanismus vielleicht auslösen oder keine Ahnung, was ich mir erhofft habe. Aber diese Abkürzung, die wäre halt so unfassbar viel Gold wert gewesen. Die hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Habe ich hier in der Ecke irgendeinen Verwendungszweck für die Säure eigentlich? Ich will nur mal kurz gucken, wie das hier ausgesehen hat. Ach, hier war diese Geschichte. Okay, nee, ich glaube, da brauchen wir keine Säure irgendwo hinzukippen. Ähm, die einzige Motivation, die ich jetzt habe für diesen sehr langen und zähen Rückweg, ist, dass ich vielleicht bei der Tür weiterkomme. Vielleicht stand da nämlich auch gar nicht, dass man Wasser braucht, sondern nur irgendwas Flüssiges. Und vielleicht ist die Säure auch genau dafür vonnöten. Wir werden es herausfinden, wenn das Spiel natürlich zwischenzeitlich nicht abstürzt. Das ganze Gebiet hier erinnert mich ein bisschen an diese Zeit, beziehungsweise dieses eine Zimmer, wo wir diesen Tresor oder Schrank mit den griechischen Buchstaben hatten. Generell war das hier, glaube ich, für mich der chaotischste Teil, auch weil ich hier so oft nicht wusste, wo es als nächstes weitergeht und so. Und was war am Ende nochmal die Lösung? Dass man da bei der Uhr hochklettern musste. Aber nee, der noch viel krassere Anteil war ja das, wo ich diese Tür übersehen hatte. Unweit, also nicht weit von der, von der Uhr entfernt, wo man auch nochmal Kisten hochklettern sollte. Dieses Kletterthema wurde mir einfach schon zu oft zum Verhängnis. Den Gegner habe ich jetzt auch links liegen gelassen. Also entweder ihr serviert mir Ritter oder ich bewege mich hier gar nicht. Zumindest nicht in diesem Gebietsabschnitt. So, und hier hatten wir damals Daniels oder Daniels Arm gefunden. Das weiß ich noch. Hier gab es auch einige sehr interessante Cutscenes. Hier, das war diese formaledeite Tür da oben. Ich wage mal zu behaupten, dass ich seit diesem Fauxpas ein bisschen genauer drauf achte, wo man eventuell klettern kann. Ich will nicht ausschließen, dass ich trotzdem an der einen oder anderen Stelle was übersehen haben könnte. Aber ich glaube, die Gefahr ist nicht mehr so groß wie damals. So, jetzt müssten wir hier nämlich in den Raum kommen. Nee, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Aber der nächste dann, oder? Wo wir diese zugemauerte Tür haben. Genau, hier wird es jetzt nämlich interessant. Wenn sich jetzt hier ein komplett neuer Weg ergeben würde, dann habe ich im Grunde genommen wieder zwei Wege. So, in der Wand scheint eine Art Statue eingegipst zu sein. Wenn du Wasser über den Gips gießen würdest, könntest du sie vielleicht herausbekommen. Nein! Nein! Ich wette, mit diesem Behälter hätte ich auch irgendwo Wasser abschöpfen können. Oh, ich hatte so gehofft, dass vielleicht die Säure ausreichen würde. Oder vielleicht sogar noch einen krasseren Effekt erzielt hätte. Aber no chance. Ich weiß nicht mal mehr, was da oben eigentlich war, als man da nach oben klettern konnte. Warte mal, ich gucke mal eben kurz. Weil die Tür, die haben wir ja inzwischen geöffnet. Ich will nur noch mal einen Blick da reinwerfen. Vielleicht ist da sogar irgendeine Form von Abkürzung oder sowas für uns. Aber ich glaube, das war so ein Sackgassenbereich. Ja, ja. Und dahinter war doch der Raum mit den Gemälden, wo die Schiffe und sowas alles waren. Kann das sein? Ach nee, das war der Raum mit dem Sarg. Okay, ich gehe jetzt hier mal nicht weiter. Hier wird irgendwo eine Sackgasse gewesen sein. Das führte auf jeden Fall... Habe ich mich gerade erschrocken. Weil ich aus Versehen den Ton ausgelöst habe. Oh Mann, ey. Okay, aber dann habe ich wieder ein klareres Bild vor Augen. Ich hätte auch auf die Karte gucken können, ich weiß. Dann hätte ich zumindest gesehen, dass da eine Sackgasse gewesen wäre. Aber ich wollte den Raum einmal noch vor Augen haben. So, ich habe jetzt mal einen etwas größeren Cut gemacht, weil ich jetzt auf dem halben Wege zurück zum Kamin bin. Also der, wo wir beim letzten Mal quasi Kehrt gemacht haben, um nochmal ein bisschen backzutracken. Ist der Text hier neu? Es ist eine seltsame Kreatur. Sie spricht Orgel, bewegen, hinabsteigen. Orgel, bewegen, hinabsteigen. Jetzt ist natürlich die Frage, suchen wir visuell nach einer Orgel und haben da eine Möglichkeit, was zu tun? Oder geht es eher um Orgelklänge, die man im Hintergrund hört? Auf jeden Fall hat sich hier was verändert. Also sehr interessant. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, seit ich das letzte Mal hier gewesen bin und da hatten wir eine komplett andere Info. Da war irgendwas von Patricks Gemächern, wurde da erzählt. Ich gucke mal eben kurz, wenn man hier einmal rausgeht und wieder. Es ist eine seltsame Kreatur. Willst du Säure besorge, leere Glasflasche Patricks Labor? Ach, die Hinweise verändern sich. Aber dann habe ich beim letzten Mal mit meiner Vermutung, dass wir hier so einen Tippgeber haben, der weiterhilft, wenn man so komplett orientierungslos ist. Dann lag ich da damit irgendwo richtig, ne? Das Puppenpaar. Die Frau dreht ihm den Rücken zu. Die Frau dreht ihm den Rücken zu. Das haben wir aber eigentlich schon abgeschlossen. Also wenn damit Walner und Wigner gemeint sind, weil den grünen Schlüssel haben wir schon mitgenommen. Oder es gibt da noch irgendwas, was offen ist. Keine Ahnung. Es ist halt schon sehr vage teilweise. Der Friedhof, St. Daniels Grab und das Grab des Mädchens. Da komme ich gerade her. Gib mir jetzt bitte kein schlechtes Gefühl, dass ich da noch was hätte tun können sollen. Wisst ihr, was dumm war? Dass ich zum Zeitpunkt, wo ich am Friedhof war, nicht die Karte geöffnet habe, um zu sehen, ob der Bereich abgehakt war. Oder ob es da noch ein X gegeben hat. Aber das wird, wenn ich das nächste Mal nicht mehr weiß, wo ich hin soll, kann ich jetzt zwei Indikatoren zurate ziehen. Nämlich einmal Ihmchen hier. Sie spricht. Ich habe hier nur gearbeitet. Patrick warb mich an. Keine Ahnung. Also der Hinweis war gerade mit Abstand der unpräziseste. Kein Plan, was mir das nützen soll. Hilfreich wäre noch irgendein Hinweis bezüglich des Wassers, was ich für diese zugemauerte Tür benötige. Diese Frau schrieb viele Briefe an Kinder, aber nie angekommen. Damit ist Sophia gemeint. Wurde am Ende eigentlich aufgeklärt, ob Charlotte die Briefe jemals bekommen hat von Sophia? Ich glaube, die Frage hatte ich mal laut ausgesprochen. Aber spätestens jetzt wissen wir, dass Charlotte sie wahrscheinlich nicht bekommen hat. Hast du den Forschungsbuch? Die Emigréeschrift. Roger. Was haben wir? Das war der Hinweis, den du uns beim letzten Mal gegeben hast mit der Scheibe und dem Grammophon. Er wiederholt ja sich auch irgendwann mal. Oder bekommt man hier unendlich viele Tipps? Das muss doch irgendwie endlich sein in irgendeiner Form. Patrick, wie konntest du mir das nur antun? Hm, das war aber jetzt auch wieder neu. Ich ziehe das jetzt durch, weil hier vielleicht auch mal ein Hinweis kommt, der mir tatsächlich weiterhilft. Und ich gucke gleich mal auf der Karte, ob ich vielleicht so rückblickend betrachtet verstehen kann, wo da der Friedhofsbereich nochmal war. Wo hast du den Anhänger verloren? Das ist für uns auch nicht wichtig, denn den haben wir bereits gefunden. In der vorletzten Folge war das, glaube ich. Ich bin gerade total baff, wie viele Hinweise hier kommen. Bitte sag mir noch was zum Wasser. Wegner und Walner wollen nur ihre Puppen. Ja, das weiß ich schon. Das bringt uns jetzt ja auch nicht weiter. Schade, dass du jedes Mal den Raum verlassen musst, damit hier ein neuer Hinweis kommt. Aber ein paar Sachen stehen ja noch im Raum. Wir haben ja auch noch ein paar Fragezeichen-Items. Das hier zum Beispiel. Daniels Arm. Heilige Kraft. Ja, naja, gut. So einzelne Wortfetzen, die zusammenhanglos in den Raum geworfen werden. Das bringt mich jetzt auch nicht so unbedingt weiter. Aber es ist wahrscheinlich ein Indikator dafür, dass wir mit Daniels Arm irgendwann nochmal was Sinnvolles tun können. Man sieht sie nur im Dunkeln. Verborgene Türen, versteckte Bücher. Ey, das löst in mir schon wieder so eine Paranoia aus. Das könnte bedeuten, dass ich vielleicht schon was übersehen habe. Oder die Kreatur spielt auf etwas an, was wir schon längst gefunden haben. Ich weiß es nicht. Gehe zum... Oh! Dritten Geschoss. Verborgen, heilig. Ich habe gerade kurz überlegt, mir das zu merken. Äh, mir das zu notieren. Merken tue ich mir das sowieso nicht. Aber wenn ich wirklich irgendwann die Karte zurate ziehe, um nach Xen oder Räumen zu suchen, die nicht abgehakt sind, dann werde ich das ja darüber auch rausfinden. Bald, du wirst sie bald treffen. Wen? Ja, das wird mir natürlich nicht beantwortet. Ist mir schon klar. Also für die heutige Folge werde ich mit drittes Geschoss auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Weil so oft haben wir hier, glaube ich, drittes Geschoss noch nicht gelesen. Ich könnte nicht mal sagen, ob wir das überhaupt einmal irgendwo gesehen haben. Willst du Säure, besorge leere Glasflasche, Patrick's Labor. Der Hinweis, der war doch aber vorhin anders formuliert, oder? Das schlägt auf jeden Fall in die gleiche Kerbe, dieser Hinweis. Wobei andere, glaube ich, auch. Ich glaube, zu den Puppen hatten wir auch schon zwei verschieden formulierte Hinweise. Bald, du wirst sie bald treffen. Okay, ab hier fangen die Doppelungen scheinbar an. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das einfach alles mega random ist. Und da vielleicht noch ein, zwei Tipps von uns jetzt unentdeckt geblieben sind. Aber sehr, sehr cool. So langsam. Warte, welches Geschoss war das? Nein! Ich wollte mir doch nur angewöhnen, auf die Geschosse zu achten. Ich habe gerade schon wieder voll Paranoia gehabt, weil sie sich am Anfang nicht bewegt hat. Aber Ende gut, alles gut. Wir sind noch frei beweglich. Zentraler Bereich. Hier stand nicht mal ein Geschoss. Ich weiß, keine Ahnung, was ich da schon wieder gesehen oder gelesen habe. Wo führte eigentlich die Tür da hinten rechts hin? Ähm, warte. Ich will da jetzt nicht zurücklaufen, aber das müsste ja die Karte eventuell beantworten können. Ich kam von... ...rechts. Nee, ach nee, warte, wo bin ich denn gerade? Da, wo der Haken jetzt ist, oder? Hä, wo ist denn da eine dritte Tür? Da, wo der Kringel drin ist. Es gab doch von dem Raum, aus dem ich gerade kam. Deswegen sage ich ja, die Karte, die ist manchmal mehr verwirrend, als dass sie einem nützt. Oder ist der Kringel einfach ein Indikator für... Aber hier war doch gar... Ach doch, hier war ein Speicherpunkt. Dieser Ort erstrahlt in einem überirdischen Licht. Will ich alles nicht. Ich bin nicht beim letzten Mal schon aus Versehen reingelaufen. Aber guck mal, die Darstellung, die stimmt doch nicht. Warte, Karte. Ach nee, ich bin mit den Räumen durcheinander gekommen. Ich bin mit den Räumen durcheinander gekommen. Aber der Kreis, der heißt einfach, dass da ein Speicherpunkt ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn diese Theorie stimmt, dann habe ich hier in dem Areal überall Häkchen drin. Also sind wir hier safe. Ich habe zwar keine Ahnung, was da links für ein Raum sein soll, weil da noch gar kein Symbol drin ist. Das heißt wahrscheinlich, dass wir da auch nie drin waren. Aber hier würde ich jetzt mal vermuten, gibt es soweit nichts zu tun. Oh, dass man auch immer einmal drücken muss, um die Treppen hier runter zu gehen. Jetzt habe ich bestimmt wieder einen zusätzlichen Kampf dadurch unnötig getriggert. Aber wir sind nicht mehr weit von unserem Ziel entfernt, Leute. Es ist ein Ende in Sicht. Interessant fand ich auch, dass uns die ganze Zeit gesagt wurde, wo wir die Säure finden. Aber nicht gesagt wurde, wofür wir die Säure eigentlich brauchen. Ich meine, vielleicht wird das auf dem Hauptweg irgendwie noch ersichtlich. Richtig praktisch wäre es ja, wenn die Säure jetzt zum Einsatz kommt, wenn wir den Kamin gleich runterklettern. Ich habe schon wieder ein bisschen Bammel vor dem Moment. Ich befürchte nämlich wieder, dass das sehr gruselig wird. Ey, dieser Weg, wo ich gerade so durchgeflutscht bin, ne? Der sah für mich, wie ich gerade mit dem Finger auf den Monitor zeige, was gar keinen Sinn ergibt. Der sieht für mich zu 0,0% so aus, als könne man da durch. So, hier werde ich jetzt einmal speichern. Ist vielleicht nicht der perfekte Ort, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob in den folgenden Räumen das irgendwie noch möglich war. Jetzt können wir auch mal wieder kämpfen, würde ich sagen. Habe ich auch mal wieder Bock drauf, wieder ein bisschen leveln. Ich habe es fast ein bisschen vermisst. Da ist wieder der Sensen-Dude, der eigentlich keine Sense hat. Wo ich mir beim letzten Mal so einen abgearbeitet habe, meine Sicht auf diesen Gegner zu erklären. Ich hoffe, der war gegen Tornado sehr empfindlich. Ich müsste eigentlich auch die Gewehrmunition bei James mal wieder nachfüllen. Der Gegner ist da leider nicht so empfindlich gegen. Aber das ist okay. Es sei denn, der weicht dem Tornado aus, was durchaus sein kann. Ich kann mir leider immer nicht so merken. Ist der gerade in der Verteidigungshaltung? Gegen welchen Gegner welches Element hilft. Aber solche Gegner mag ich. Wenn sie den jetzt tötet, dann ist das eigentlich perfekt. Ein einzelner Gegner. In einer Runde kriegen wir den down, wenn er dann noch ordentlich was an Erfahrungspunkten da lässt. Perfekt. Aber dann haben wir bei jedem ein bisschen was gelevelt und das kann auf jeden Fall nicht schaden. Sehr gut, Kudelka. Endlich mal wieder jemand, der da im Tornado nicht ausweicht. Das hat in letzter Zeit ein bisschen zu sehr Überhand genommen für meinen Geschmack. Und da haben wir auch mal wieder Level-Ups. Ich habe dieses Menü ja fast ein bisschen vermisst. So. Ich würde sagen 45, 47. Das ist okay. Ich werde mich ab sofort wieder ein bisschen mehr hierauf konzentrieren. und gehe hier ein bisschen auf Geschick. Einmal bestätigen. Ach, James, ey. Ich würde dir so vom Herzen gönnen, dass du auch mal eine Rüstung findest und ein bisschen besser gewappnet bist. Aber dieser Gargoyle, ne? Der fixt mich echt an. Ich hätte schon Bock, den in dem Let's Play hier zu legen. Auch weil ich sehr gespannt bin, was man von dem als Belohnung bekommt. Bitte sagt mir das nicht. Es sei denn, ich beschließe am Ende, dass ich das doch nicht probiere. Oder ich stelle fest, dass der mir zu stark ist und ich keine Lust habe, das bis zum Erbrechen irgendwie zu grinden. Also, bis zum Erbrechen zu grinden, um den dann am Ende zu besiegen. So, ich gucke jetzt mal hier kurz auf die Karte. So, da sind sehr viele Häkchen. Was ist das da rechts? Ey, es sind ja einige Räume mit Xen. Das ist ja interessant. Das ist sehr interessant. Also, wenn ich jetzt hier beim Kamin gleich nicht weiterkomme, dann habe ich hier in unmittelbarer Nähe auf jeden Fall noch weitere Ecken, die ich mir anschauen kann. Warte mal, lag da was auf dem Boden? Hier so? Da liegt auf jeden Fall was, aber nichts, was man aufheben kann. Es sei denn, ich stand gerade ultra dumm, aber das könnt ihr mir dann auch sagen. Dann gehe ich da gerne nochmal zurück. So. Hier bin ich jetzt gespannt. Du siehst einen Kamin, in dem kein Feuer brennt. Hestia, Buchrücken. Kamin näher untersuchen. Öffnung nach unten. Ey, in so einer Welt würde ich mich wahrscheinlich eher in den nächsten Fluss stürzen, als da runter zu klettern. Aber Kudelka ist eine sehr mutige junge Frau. Oh, oh mein Gott. Okay. Hi. Da liegt auf jeden Fall was. Und das sieht auf den ersten Blick wieder sehr nach Sackgasse aus. Was haben wir hier? Ja, all Heilmittel. Nehmen wir mit. Sollte eigentlich keine Inventarkapazität fressen. Ist das hier wieder eine Waage? Oder was soll das sein? Trittst du da auch rauf? Ne. Irgendwie macht sie da nichts, oder? Ich habe mich einfach nur gerade dumm angestellt. Hier stören mich die Kämpfe gar nicht in Arealen, die neu sind. Ich finde Kämpfe tatsächlich nur nervig beim Backtracken. Den kennen wir aber, oder? Ich muss bei dem immer so die Augen zusammenkneifen, weil ich mir nicht sicher bin, was das für ein Tier sein soll. Und ich werde mich diesmal vornehmen, zurückhalten mit irgendwelchen Theorien. Denn ich habe mich da schon in einigen Retro-Let's Plays vor allen Dingen blamiert. Weil ich da irgendwelche Wesen gesehen habe, die am Ende gefühlt das komplette Gegenteil waren. So. James. Irgendwann bekomme ich die Quittung dafür, dass ich erneut vergessen habe, deine Munition nachzuladen. Mal gucken. So lange dürfte das bei ihm eigentlich auch nicht mehr dauern, bis er sein erstes Sperr-Upgrade bekommt. Und inzwischen, wie gesagt, bin ich also aktuell noch nicht traurig, wenn seine Waffen zerbrechen. Das können sie gerne tun. Diese Plattform jetzt hier, diese in Anführungsstrichen vage Fragezeichen. Die verstehe ich noch nicht so ganz. Sie hat uns jetzt auch gerade diesen Kampf hier eingebracht. Warum klettert sie da nicht hoch? Ist das hier unten eine Tür? Ach, jetzt! Ist das ein Fahrstuhl? Was zur Hölle? Du hast eine Waage mit einem Gegengewicht gefunden. Indem du das Gegengewicht verschiebst, kannst du das Gleichgewicht der Waage ändern. Ungefähr 70 Kilo stand in Patrick's Memo. Vielleicht solltest du die Waage auf dieses Gewicht einstellen. Auf was möchtest du die erste Ziffer einstellen? Erstmal noch auf gar nichts. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Okay, das heißt, wenn du diese Memo nicht liest, dann kommst du hier an dieser Stelle nicht weiter, oder wie? Oh! Was habe ich da getan? Die Tür öffnet sich nicht. Sie scheint einen versteckten Mechanismus zu haben. Ach so, über die Waage werden wir dann diese Tür hier geöffnet kriegen. I see. Ist voll komisch, dass man hier nur so seitlich da raufsteigen kann und nicht von vorne, wie das ja eigentlich vorgesehen ist, denke ich mir mal. So, dann stellen wir jetzt mal Folgendes ein. Oder muss ich nur das rauf addieren, die Differenz quasi zwischen Kudelkas und Patricks Gewicht? Ich versuche jetzt erstmal die 70 einzustellen. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Also, Kudelka hat 45 gewogen, beziehungsweise wiegt 45. Das heißt, wir müssen dann jetzt hier noch 25 rauf tun. Ja, das Gegengewicht steht momentan auf 25 Kilogramm. Und nun? Ach, die Tür ist aufgegangen, ne? Deswegen das Geräusch gerade. Hoffe ich. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht mehr, was man hier noch probieren soll. Aber es hat funktioniert. Uh oh. Darf ich wieder Angst haben? Da liegt unten jemand auf dem Boden. Voll spät erst gesehen. Zunderbüchse. Feuer. Shit, warte mal, wo haben wir nochmal Feuer gebraucht? Wir brauchten irgendwo Feuer. Ich komme nicht mehr drauf. Er wisst ihr, was lustig gewesen wäre, wenn sie die Zunderbüchse, wie sie sie hier so liebevoll nennen, einfach tschechisches Streichholzschächtelchen genannt hätten. Dann hätten sie wahrscheinlich eine fünfte Disc gebraucht. Okay, wir sind auf jeden Fall ab sofort imstande, Feuer zu entzünden. Ach, hier können wir sogar noch mehr rausholen. Oha, eine neue Flinte. Hey, Jamesy Boy. Wir haben da was Nettes für dich und es geht noch weiter. Flinten Patronen. Ja, bitte auch mitnehmen. So, warte mal, dann lohnt sich das jetzt wenigstens ins Menü zu gehen, weil wir dann wenigstens zwei Sachen abchecken können. Wir starten mal mit der Flinte. Erklärung. Das größte Modell mit Pump-Action-Lademechanismus. Das klingt aber wirklich ein bisschen mürchtig. So, aber Flinte ist nochmal eine andere Kategorie als Gewehr, oder? So, warte mal, ich will mal kurz gucken. So, bei Gewehr ist er nämlich auch Stufe 2. Und wenn ich ihm jetzt diese olle Flinte hier in die Hand drücke, dann hat er auch Stufe 2. Das ist die gleiche Kategorie, obwohl ich dafür unterschiedliche Munition benötige. Das überrascht mich ein bisschen. Habt ihr gerade gesehen, was ich gesehen habe? Das ist auf den Schuss genau, hier bei 0. Wieder angelangt. Aber dann wäre ich doch blöd, wenn ich ihm jetzt wieder das Gewehr gebe, oder? Weil die Schusswaffen, die gehen doch nicht kaputt. Ey, guck mal, wie das Gewehr seine Stats auch negativ beeinflusst. Warte mal, wie war denn das hier unten bei der Flinte? Warum kann er die denn nicht anlegen? Die ist ausgegraut. Gut, warum? Hä? Verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. Aber hier sind einige ausgegraut, weil... Also da oben habe ich es gerade verstanden. Bei Daniels Kreuz verstehe ich das auch, weil das trägt halt jemand anders. Aber die Flinte doch nicht. Na gut, dann bleibt er halt beim Gewehr. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich ihm wenigstens gleich ein bisschen Munition noch nachschütten. Gewehr-Munition benutzen, James. So, und dann hatten wir aber noch etwas, nämlich die Streichhölzer oder die Zunderbüchse, wie es hier so liebevoll genannt wird. Ein Metallbehälter mit einem Schnappdeckel zum Aufbewahren von Streichhölzern. Er ist mit einigen Streichhölzern gefüllt. Oh, das nervt mich mit dem Feuer. Das nervt mich. Das ist, glaube ich, gar nicht so lange her, dass ich diesen Hinweis irgendwo gelesen habe. Aber egal. Spätestens, wenn ich mich an der Karte orientiere und nach den Xen Ausschau halte, wird mich das schon zum richtigen Zielort geleiten. Oh, okay. Man muss hier echt immer ganz genau hingucken. Das ist immer so ultra spannend. Das erinnert mich ein bisschen tatsächlich an diesen Charme, der auch von Point-and-Click-Adventures ausgeht. Weil wenn du da so einen neuen Screen hast, egal von welchem Spiel, ob alt oder modern, das ist halt immer mega aufregend. So, weil du halt extrem auf der Suche bist. Und das ist dadurch, dass das Spiel dir hier in-game auch wenig Hins gibt, sage ich mal, wo was liegen könnte, ist das hier mindestens genauso aufregend. Wenn nicht sogar noch spannender, weil die Gefahr, hier was zu übersehen, auch exorbitant hoch ist. Ich habe übrigens gemerkt, dass diese Federmaus nicht gegen Tornado empfindlich ist. Dafür hätte ich gerne ein Klebchen ins Klassenheft, bitte. Äh, bewegen? Ne, warte mal, dann stehe ich doch vor dem, oder? Ja, genau, von hier muss ich angreifen. Es ist schon alles gut, so wie es ist. Ich habe gerade übrigens den falschen Gegner angegriffen, ich depp. Jetzt weiß ich gar nicht, ob mein Zauber im Nichts verläuft. Ja, jetzt hat sie nämlich gar keine Aktion. Super gemacht, Nego, ja, ganz toll. Jetzt sehen wir wenigstens diesen sexy Mumien-Gegner hier nochmal in Aktion, auch wenn das eigentlich keiner möchte. Aber durfte er sich ja auch nochmal ein bisschen die Beine vertreten. Unter anderen Umständen hätte er die Möglichkeit nicht gehabt, aber wir sind natürlich sehr gegnerfreundlich, ne? Kaffee, Prost! Ich glaube, das ist übrigens die chilligste Kampfmusik der Videospielgeschichte. Also, von den Spielen, die ich bisher gespielt habe. Ich finde, Videospielgeschichte klingt immer so ein bisschen hochtrabend. Das impliziert ja auch irgendwie, dass man alles kennt, was da draußen kreucht und fleucht an Spielen. Aber das ist so mega chillig einfach, vor allen Dingen für so ein gruseliges Spiel. Ich muss sagen, je länger ich Koudelka spiele, desto mehr mag ich das Battle-Theme hier. So, warte, jetzt geht es aber erstmal wieder ans Eingemachte. Da links, diese Tür ist sehr auffällig, weil der Boden hier auch so auffällig ist, wenn das überhaupt eine Tür ist. Ich versuche das mal ein bisschen zu umgehen gerade. So, aber irgendwo hin muss das ja führen. Es sei denn, wir schlossen irgendwann wieder an die Grenzen, weil irgendein Item fehlt, was ich irgendwo übersehen habe. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich hier einiges übersehen habe im Spiel. Weil das hier auch sehr, sehr einfach geht, finde ich. So, ist das jetzt eine große Tür? Ja. Weil das ist so eine Doppeltür hier eigentlich. Ich dachte, vielleicht führen die eventuell in zwei verschiedene Räume. Na gut. Dann lass uns mal gucken, was hier auf der anderen Seite passiert. Ich bin ein bisschen überrascht, dass man in diesem Screen hier gerade nichts aufsammeln konnte. Du musst einen Weg finden, Elanes Körper zu vernichten. Vielleicht findest du etwas im Innern. Im Innern, wovon? Du musst einen Weg finden, Elanes Körper zu vernichten. Vielleicht brauchen wir dafür die Streichhölzer. Aber wo war denn ihr Körper? Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob dieser Kessel, von dem in dieser einen Szene geredet wurde, ob das der Bereich war, wo wir beim Säuretank halt die Säure mitgenommen haben. Aber da müsste ja dann in der Nähe ein Altar sein. Könnte der Altar eventuell das sein, was wir hinter dieser verrammelten Tür gesehen haben? Da, wo ich so bedauert habe, dass das kein Shortcut ist, weil das so praktisch gewesen wäre. Dieser überaus blutige Tisch, wo wir da bei Bessies Leichnam runterklettern konnten. Vielleicht muss ich da irgendwas zündeln oder so. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall habe ich schon wieder eine Idee. Schade, dass man sich hier nicht teleporten kann. Das ist bei so vielen alten Spielen neben den Ladezeiten eigentlich immer mein größter Kritikpunkt. Und dass du halt wenig Ingame-Hinweise darauf findest, wo es als nächstes hingeht. Aber ich finde, hier in Kudelka geht das eigentlich noch. Vor allen Dingen jetzt, wo ich herausgefunden habe, dass diese komische Kreatur auch das eine oder andere andeutet. Da finde ich es allerdings blöd, es sei denn, ich habe es falsch verstanden, dass die Hinweise trotzdem noch gegeben werden, obwohl man das schon abgeschlossen hat. Zum Beispiel Wallner und Wegner. Es sei denn, es sei denn, da gibt es wirklich noch was für mich zu tun. Aber ich habe das gedanklich eigentlich für mich abgeschlossen. So, dann machen wir mal hier weiter, indem ich die Punkte so verteile. Sieht ganz gut aus. Oh, es gibt wieder was. Eine Doppelachs nehmen wir erstmal mit. Wer weiß, wie lange der Speer von Edward noch mitmacht. So, okay. Also, um hierhin weiterzukommen, muss ich Elaynes Leichnam verbrennen. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht nochmal zum Gemälde zurückkehren muss. Aber das wäre unlogisch, weil da haben wir ja nur ihre Seele angetroffen. Das hat ja nichts mit ihrem Körper zu tun. Ich muss diesen Altar finden. So, das hier könnte eigentlich auch ein bisschen Altar-Charakter haben. Ist es aber nicht. Da sehen wir auch keine Leiche. Das ist hier viel zu unblutig. So, warte mal. Ich hatte doch vorhin... Ich will nochmal kurz auf die Karte lunsen. Hm. Wie können wir denn hier sein? Das ergibt gar keinen Sinn, dass der Haken dort leuchtet. Weil wir haben von dem Raum, in dem wir uns jetzt befinden, zwei Wege, die abgehen. Und laut Karte ist da nur ein Weg. Es sei denn, der zeigt diesen Abstieg in Richtung Kamin nicht an oder sieht das gar nicht als Weg. Keine Ahnung. Ich gehe mal ein, zwei Räume weiter und dann können wir ja nochmal schauen, ob da irgendwas ist. Weil wir haben jetzt so viele... Warte mal. Hier ist noch ein Kamin auf der gegenüberliegenden Seite. Aber da hat sie nie kommentiert, dass da irgendwas nicht brennt. Und hier brennt es ja. Im Kamin brennt ein Feuer. So, ich will nochmal kurz auf die Karte gucken. Jetzt bin ich einen Raum weiter. Aber wenn da überall Häkchen sind... Die Karte ist halt nicht präzise genug. Wobei, Moment. Der Haken, der ist auf dieser Ebene, in dem Kaminraum, nur deshalb da, weil ich für den Kamin einfach eine Ebene nach unten muss. Oder? Weil wir klettern doch nach unten. Aber wo erkenne ich jetzt, wo der Kaminraum ist? Keine Ahnung. Das muss ja irgendwo hier eigentlich sein, weil wir ja nur eine Etage nach unten klettern, würde ich vermuten. Aber wo ist jetzt... Wobei der Haken da oben links... Also, oder oben mittig. Da, wo links so viele Räume davon sind, wo kein Symbol drin ist. Das könnte der Raum sein, wo ich über diese Holzplanke gelaufen bin. Oder? Wobei, rechts davon geht das noch so weitläufig weiter. Ich weiß nicht. Die Karte... Die Karte hilft mir nicht so wirklich. Hier ist auch noch der Bücherschrank. Warte mal, mit dem werde ich gleich nochmal interagieren. Wo wir diese komischen Buchstaben gesehen haben. Ich glaube, da kann man jetzt nichts mehr weiter tun. Aber vielleicht täuscht das auch. So, einmal Tornado auf den Hinteren. Damit die anderen den vorne hier angreifen können. Das Gewehr, das drückt die Gegner manchmal um ein Feld nach hinten. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Der sieht so lustig aus, wie der hüpft. Als würde der sein untotes Leben total abfeiern. So, warte mal. Ne, hier muss ich nur einen Schritt nach vorne, oder? Ich hoffe, ich hatte jetzt keinen Knick in der Optik, aber das sieht gut aus. Also kommt er nochmal zum Angriff. Und killt ihn aus. So habe ich mir das vorgestellt. So, ich will heute unbedingt noch diesen Raum erreichen und gucken, ob das stimmt. Also, ob das der richtige Raum einfach ist und der vermeintliche Altar. Und wenn nicht, dann wird das wieder ein bisschen durcheinander. Ich wollte aber auch noch bei Sagnoth vorbeigucken. Und gucken, ob ich da jetzt vielleicht das Schwert irgendwie aus der Statue ziehen kann. Ich denke mal nicht. Aber ich bin halt, bevor ich die ganzen Ereignisse in St. Patrick's Gemächern abgeschlossen habe, bin ich halt dort gewesen. Das war noch, bevor wir Elaine getroffen haben. Und das war noch, bevor wir dieses komische Vieh in dem Raum besiegt haben. Von daher würde ich nicht ausschließen, dass da vielleicht noch was, äh, vielleicht noch was gehen könnte. Bezüglich dieser Waffe. Wie auch immer die dann am Ende tragen würde. So, aber warte mal, hier wollte ich jetzt erst mal das Bücherregal nochmal inspizieren. Äh, du siehst das Bild eines Drachens, das sich über mehrere Buchrücken erstreckt. Über den Drachen steht Hestia geschrieben. Wenn du dich richtig erinnerst, ist das Griechisch und bedeutet Kamin. Stand dieser Kamin-Hinweis da schon immer mit dabei? Ich meine, so komplex ist dieses Rätsel ja jetzt nicht, weil im Kamin sind wir ja schon gewesen. So, kann ich das hier vielleicht noch entzünden? Nee, da passiert leider nichts, wenn ich X drücke. Schade. So, aber warte, wir sind jetzt ganz nah an zwei Dingen dran, die ich noch vertesten wollte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo wir diese Sacknoth-Waffe gefunden haben, aber ich glaube, das könnte hier gewesen sein. Das war nämlich noch relativ, also es war auf jeden Fall relativ nah an diesem Gebäude, vielleicht auch in diesem Gebäude. Das war ja draußen auch eine Statue gewesen. Links, wenn man das Ding ausgeknipst hat, kam man in den Bereich, wo sich Roger Bacon aufhält. Shit. Ich dachte, dass ich hier jetzt vielleicht rauskomme. Wo war das nochmal? Jetzt geht das schon wieder los. Aber so viele Wege habe ich ja jetzt hier eigentlich auch nicht. Warte mal, ich mache mal jetzt hier nochmal, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass hier eine Sackgasse war. Es scheint, Roger ist immer noch mit seinen Forschungen beschäftigt. Was? Ich kann mich jetzt nicht mal im Raum umsehen. Wirft er mich jetzt wieder raus oder kommt jetzt eine Karzin? Oh. Es muss hier sein. Ich habe es hier gesehen. Irgendwo hier. Nanu, was für eine Überraschung. Kommt ihr zurück, um mich zu besuchen? Seht euch das bitte an. Forschungsberichte. Könnt ihr uns sagen, ob das, was darin geschrieben steht, tatsächlich möglich ist? Nun, mal sehen. Ja, genau. Das stimmt. Auferweckung der Toten. Oh, ein Kessel. Die Brenven-Schriften. Tatsächlich. Ja, es ist gut möglich, dass die hier beschriebenen Verfahren tatsächlich funktionieren. Ich dachte es mir. Aber es ist so beängstigend. Ich persönlich habe es nicht versucht. Ich erinnere mich genau, dass die Emigree-Schrift Beschreibungen der geheimen Rituale zur Auferweckung der Toten enthielt. Aber, wie diese Berichte bestätigen, bedarf es komplizierter Vorbereitungen. Ich hielt es für unwahrscheinlich, dass genügend übersinnliche Kräfte fokussiert werden können, um eine derart große geistige Energie zu erzeugen. Ich hätte nie gedacht, dass jemand so etwas jemals auch nur versuchen würde. In den Bildern steht, dass der Körper, aber nicht die Seele zum Leben erweckt wurde. So ist es. Die Magier der Antike hatten das Geheimnis des Lebens bereits vollständig im Griff. Aber sie waren weit davon entfernt, die Geheimnisse der Seele zu ergründen. Sie ließen die Toten wieder auferstehen, um ihre Körper als willige Arbeitskräfte einzusetzen und mit ihnen die großen Zivilisationen der Antike aufzuhauen. Genau betrachtet könnte man sie auch als menschliche Marionetten bezeichnen. Die Ausbeutung des menschlichen Körpers als Objekt. Wenn das so ist, dann... Ja, die Toten wieder auferstehen zu lassen, als ob sie nie tot gewesen wären. Das ist unmöglich. Wie also kann der wiederauferstandene Körper wieder zu Staub werden? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Da seine Existenz bereits den Naturgesetzen widerspricht. Bitte! Es ist keine leichte Aufgabe! Sagt mir wie! Elanes ruhelose Seele wollte es so. Gut. Es ist nicht absolut unmöglich. Aber ich müsste die höheren heiligen Mälde beschwören, um es zu vollbringen. Oh, ja, ich weiß, dass der Arm von Daniel Scotius, dem Erbauer dieses Klosters, in einer Steinstatue im Kloster versteckt sein muss. Wenn, wenn er in den Kessel geworfen wird, müsste dies die Wurzeln des Lebensbaumes zerstören. Doch danach weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ob die Energie des Feuers oder das Element des Wassers gefragt ist. Oh, es ist fürchterlich kompliziert. Feuer oder Wasser? Was sollen wir bloß tun? Oh, himmlischer Vater, beschütze unsere Seelen und bereite diesem fürchterlichen Leiden ein Ende. Ich liebe den einfach. Hoffentlich gibt es noch ganz, ganz viele Cutscenes mit ihm. Vor allen Dingen hat er uns jetzt einen sehr, sehr wertvollen Hinweis gegeben. Ich bin trotzdem ein bisschen irritiert, weil es hieß ja zuerst, wir sollen den Leichnam irgendwie verbrennen. Oder hieß es das gar nicht und das war einfach nur der Plan, den ich mit meinem Kopf zusammengereimt habe. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber jetzt lautete... Achso, hier gibt es auch Kämpfe. Aber jetzt lautete der offizielle Auftrag ja, den Arm in den Kessel zu werfen. Und ich hoffe, wir meinen den gleichen Kessel. Nämlich den beim Säuretank. Da würde ich jetzt auf jeden Fall als nächstes hinsteuern. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, nochmal der Leiche, die ich so ein bisschen für den Altar gehalten habe, mit Fragezeichen, würde ich auch nochmal besuchen. Ich glaube, da kommen wir sowieso auf halben Wege nochmal dran vorbei. Und er wird dem nochmal eine Chance geben. Aber ich wollte auch unbedingt diese Statue nochmal finden. Diese Statue, wo diese... Wo diese Waffe quasi Bestandteil war. Die Statue, die die Waffe so festgehalten hat. Wie zur Hölle kam ich da nochmal hin? Warte mal, ich muss mir mal hier nochmal den Eingangsbereich angucken. Gab es hier nicht Wege, die davon abgegangen sind? Warte mal, vielleicht hier auf der rechten Seite? Über welchen Weg bin ich denn hier überhaupt nochmal reingekommen? Über unten? Über den unteren Weg? Oder hier rüber? Ich glaube, hier war da könnte irgendwo die Statue gewesen sein. Warte mal. Hat hier nicht auch ein Teilbereich irgendwie nach draußen geführt? Ich bin komplett verwirrt. Ich habe ja so gar kein kartografisches Gedächtnis. Das würde mich hier in diesem Spiel bis zum Schluss zum absoluten Verhängnis werden. Aber warte mal, das hier ist ganz interessant. Vor dem Hintergrund Karte. Habe ich für diesen Raum ein Häkchen? Nein. Hier ist ein dickes, fettes X. Okay, das könnte interessant werden. Hier ist bestimmt das Bücherregal. Wo es irgendwie... Warte. Hier scheint nichts Nützliches zu sein. Irgendwer hatte uns heute oder in der letzten Folge was von dem Bücherregal erzählt. Ich weiß aber den Kontext nicht mehr. Wie, hier ist jetzt nichts? Jetzt enttäusch mich doch nicht. Sag mir doch wenigstens, an welcher Stelle man hier irgendwas machen kann. So, warte mal. Vielleicht ist es aber auch nicht das Regal, sondern nicht hier irgendwas. Oder ich habe halt langfristig irgendwas verkackt, als hier alles noch so schön aussah. Ich weiß nicht, ob die Karte das berücksichtigt, wenn... Was? Das Essen, das auf dem Tisch war, ist fort. Das wären wir jetzt bestimmt noch mindestens 20 Mal... Da unten liegt was unterm Tisch, oder? Ich habe es gerade eingesammelt. Das Essen... Nee. Das Leuchten ist aber gerade verschwunden. Hä? Aber da wurde gerade nicht eingeblendet, dass ich was eingesammelt habe. Aber da war gerade so ein leuchtendes Pünktchen, was jetzt weg ist. Okay, die Zunderbüchse war es auf jeden Fall nicht. Hier ist auch nichts Neues. Hier auch nicht. Nee. Hä? Was genau ist da gerade passiert? Wenn ihr mir nicht glaubt, dann spurt nochmal zurück. Ich hoffe, man sieht dieses kleine Pixel-Stückchen, was ich da gerade meinte. Ach so, ey. Wie ich jedes Mal denke, ich hätte hier irgendwie was übelst krasses gefunden. Dabei... Oder habe ich was krasses gefunden? Nee. Hm. Die Karte irritiert mich. Hilft ihr mir zur Abwechslung auch mal? Das Essen, das auf dem Tisch war, ist fort. So, ich werde jetzt einmal nochmal am Tisch entlang gehen. Vor allen Dingen, was ja auch super unlogisch ist, wenn ich am Tisch entlang laufe... Okay, hier sagt sie das auch, aber wenn ich da hinten in Richtung Tisch gucke, dann sagt sie nicht, dass das Essen fort ist, aber... Ach doch, sagt sie auch. Aber wenn ich mich davon abwende, dann sagt sie es halt auch. Ich verstehe das nicht. Warum hat dieser Raum ein X? Klärt mich bitte auf, aber ohne zu spoilern, wenn es geht. Irgendwie sowas wie, das X ist nur da, weil du dort was verkackt hast beim ersten Besuch, wäre okay. Oder das X ist da, weil du mit dem richtigen Item irgendwann zurückkommen musst, was du noch nicht hast. Aber wenn das hier überall so läuft, dass... Kann ich die Lampe eventuell ausschalten? Bei irgendeinem Hinweis, den wir mal bekommen haben, da hieß es, dass es im Dunkeln... Aber vielleicht war dieser Dunkelheitshinweis auch darauf bezogen, wo wir Roger getroffen haben, weil da mussten wir das ja auch ein bisschen abdunkeln, bis er dann in Erscheinung trat. Ja, keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, jetzt hier alles nochmal abgelaufen zu sein. Äh... Was? Du hast deine Geheimtür hinter dem Regal gefunden? Was? Da kam ich doch aber seinerzeit her. Oder ist das gerade neu? An diesen Raum hier kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern. Kann vielleicht zur Abwechslung mal wieder so ein Rittergegner kommen? Nee. Oha! Was gibt's denn hier Feines? Das kommt gerade zu einem guten Zeitpunkt, denn der Speer ist kaputt gegangen. Von Edward. Das klingt, als wäre das so voll der seltene Drop, weil da auch so ein schöner Eigenname mit dran hängt. Jetzt bin ich aber gespannt. Schwertchen, du hast meine Aufmerksamkeit. Hello, hello. Eine Nachahmung des Schwertes, das von Sir Galahad einem der Ritter der Tafelrunde getragen wurde. Nach all den Jahren ist es so spröde geworden, dass die Klinge gebrochen ist. Schade. Ich hab den Zeitpunkt verpasst mit den 22, 22. Zu spät. Ich hab da teilweise noch dran gedacht. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's ja auch in irgendeiner der letzten Folgen auch erwähnt. Aber ja, jetzt ist es halt wie es ist. Jetzt könnt ihr mir spoilern, was man dafür bekommen hätte, mit welchen Stats und alles und überhaupt. Denn jetzt kann ich's eh nicht mehr rückgängig machen. So, wir können aber gucken, ob jemand dieses Schwertchen hier tragen kann oder sollte. So, für sie als Magierin eh uninteressant. Das stand vorher schon fest. So, bei ihm sieht das aber ganz gut aus. Das ist eine komplett neue Kategorie. Was? Das hat aber... Ich seh grad, das hat ein Wasserelement. Das kann also auch dann Elemente haben, wenn du dich hier in der Namensbezeichnung gar nicht siehst. Das ist auch eine interessante Erkenntnis. Hm, okay. Ich wollte mich ja von oben nach unten durcharbeiten, um mir hier nicht jedes Mal 10.000 Jahre Gedanken darum zu machen. Und da wäre die Keule das nächste. Aber die ist schon auf Stufe 3. Das ist auch auf Stufe 3. Armbrust ist mir zu speziell. Teufelshorn ist auf Stufe 1. Das hat aber einen Dunkeleffekt drauf. Ich wollte ja eigentlich nur neutrale Sachen priorisieren erst mal. GP-Verlust. Das ist aber eh auf Level 3. Hier haben wir auch GP-Verlust. Oh, Vital ist ja richtig nervig. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der ausfällt, der Verlust. Aber ich würde ihm jetzt einfach mal die Vital-Lanze geben. Wir beobachten das und... Oder verliert er auch, während ich nicht kämpfe, Energie. Das wäre ja doppelt und dreifach bescheiden. Der hat jetzt 3, 2, 4, 9. Okay, ich muss gleich mal gucken, wenn der nächste Kampf beginnt, ob das immer noch bei 3, 2, 4, 9 steht. Da hinten war noch der Trank auf dem Boden. Den habe ich aus Gründen nicht eingesammelt. Da ist eben auch immer noch ein Trank. Warte mal. Ich will mal kurz auf die Karte gucken. Ob wir hier vielleicht ein X irgendwo vorfinden. Nee, aber im Raum nebenan. Was war denn nochmal im Raum nebenan? Wenn das überhaupt dieser Raum ist. Keine Ahnung. Walner und Wiener sind hier noch. Okay, das überrascht mich gerade ein bisschen. Wiener und Walner scheinen tot zu sein. Okay, aber dass sie das auch noch kommentiert. Ich weiß nicht. Vielleicht geht das hier irgendwann mit denen noch weiter. Vielleicht hat das X auf der Karte aber auch was ganz anderes zu bedeuten. Oder könnte das der Altar sein? Das sieht auch so ein bisschen altarig aus. Auch mit dem ganzen Blut und so. Aber ich glaube, das war was anderes. Hatten wir damals hier in dem Raum nicht sogar einen Hinweis dazu gefunden, um was es sich hier handelt? Was von ihr übrig ist, muss sie grausam gestorben sein. Du siehst die Leiche einer Frau. Nachdem zu urteilen, was von ihr übrig ist, muss sie grausam gestorben sein. Okay, warte mal. Karte. Ist das ein Raum mit X? Nee, das ist ein Häkchenraum. Warte mal. Und wo ist jetzt der Raum? Ich glaube, im Walner-Wigner-Raum. Das ist der mit dem X. Ich bin auch immer so ein bisschen irritiert, weil die Karte auch so gefühlt gar nicht dem Winkel und den Himmelsrichtungen der Ingame-Perspektive entspricht. Und man da so ganz kompliziert umdenken muss. Aber vielleicht bin ich auch zu unfähig. Das kann es natürlich auch sein. Wird es vermutlich auch. Weil ich habe ja das eine oder andere Mal im Let's Play schon gelesen, dass ich öfter mit der Karte arbeiten soll. Aber wann hat sie mir jemals geholfen? Ich dachte, dieses Zimmer mit Charlotte oder von Charlotte, das wäre vielleicht der erste Moment, wo die Karte und ich vielleicht irgendwann mal was Sinnvolles zustande kriegen. Aber dann bin ich da halt leider auch nicht fündig geworden. So, das ist doch jetzt der X-Raum, oder? Karte. Ja, das ist der X-Raum. Das heißt, warte mal, die Frage ist natürlich, wo endet dieser Raum? Entweder es gibt noch was zu tun bei Walner und Wegner, oder es gibt hier was zu tun. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich überhaupt hin? Mein Ziel war, den Kessel aufzusuchen, oder? Nee, eigentlich war mein Ziel, diese Segnoth-Statue zu finden. Ey, also heute, egal wo ich jetzt diesen Part heute beenden werde, es wird auf jeden Fall beim nächsten Mal in einer Vollkatastrophe münden. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil es hier einfach gerade zu viele Optionen gibt. Bin ich gerade auf dem Weg... Ich habe mich selber verwirrt. Bin ich gerade auf dem Weg... Ich wollte die Statue finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich die seinerzeit gefunden habe. Kein Plan. Ich werde mich auf jeden Fall für das nächste Mal ein bisschen vorbereiten müssen und in alte Parts reinschmulen müssen, um zu verstehen... Ähm... Um zu verstehen, wo ich hier als nächstes langlaufen muss. Weil, was mich gerade so ein bisschen nervt, ist, dass ich die Ziele eigentlich klar vor Augen habe und alles nur daran scheitert, dass ich nicht weiß, wie ich da hingelange. Und es halt schöner wäre, wenn man sich reporten könnte. Oder wenn man die Kämpfe temporär ausschalten könnte. Das würde auch helfen. Ah, ich bin da! Äh. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich weiß aber trotzdem immer noch nicht, ob das überhaupt der Kessel ist, von dem die Rede war. Der Tank scheint leer zu sein. Ja, ich weiß nicht, warum das dreimal angezeigt wurde. Ich habe eigentlich nur einmal gedrückt, aber okay. So. Das sieht aber gar nicht so nach Kessel aus. Ach doch, von hier aus musste man damit interagieren. Früher hat sie das doch immer irgendwie kommentiert hier an dieser Stelle. Nee, das ist es nicht. Mist, das ist es nicht. Und jetzt bin ich gleich wieder an der Tür, wo ich gerne auf die andere Seite eigentlich hingewollt hätte. Weil ich vermutet habe, dass das vielleicht der Altar ist. Aber wenn das nicht der Kessel ist, dann kann das ja auch nicht der Altar gewesen sein. Weil der Altar muss ja in der Nähe des Kessels sein. Wie, ich konnte nicht weglaufen. Was ist das denn hier für eine Verarschung? So ein uralter Gegner, weißt du. Und wahrscheinlich auch nicht mal der schnellste. So. Aber ich frage jetzt mal meinen neuen besten Freund Karte. Ähm. Und gucke mal, ob hier ein X drin ist. Ich wollte ja eigentlich gar nicht zu diesem Ort. Ich wollte ja nur die Statue wieder suchen, die ich jetzt nicht gefunden habe. Also. Karte. Sagt Häkchen. Ist das kompliziert? Keine Ahnung. Daniels Arm in den Kessel schmeißen. Das hier ist auch gar kein Kessel. Aber ich erkenne hier sowieso streckenweise in vielen Räumen nicht, was das eigentlich alles darstellen soll. Hm. Oder kann man nicht hier irgendwas machen? Wobei, nee, ich hätte das ja auf der Karte gesehen, wenn im angrenzenden Raum irgendwo ein X gewesen wäre. Schade. Schade. Ich hätte echt so voll die Orientierung, weil ich weiß jetzt direkt, wo ich da rauskomme. Nämlich in diesem Gartenhausbereich. In diesem komischen Leichenhaus, wo alles in Blut ersäuft. Boah, ey. Keine Ahnung. Also heute werden wir leider nichts Konstruktives mehr hinkriegen. Und beim nächsten Mal, da bin ich gerade auch ein bisschen skeptisch, ob da... Ob da was Gutes zustande kommen kann. Wenn ich mich vorbereite, sicherlich. Ich habe jetzt nur so ein bisschen die Hoffnung noch für die verbleibende Zeit heute. Dass ich vielleicht, ob zufällig oder bewusst, das wird sich zeigen, vielleicht in irgendeinen Bereich rein stolpere, wo ich plötzlich das kürzlich erworbene Säurefläschchen benutzen kann. Vielleicht auch zufällig über den besagten Altar oder über den Kessel stolpere. Oder, dass ich für die Streichhölzer eine Verwendung finde. Das kann ja alles sein. Wobei die Streichhölzer, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit mit diesem Kessel zusammenhängen. Weil Roger hatte uns ja gesagt, erst den Arm reinschmeißen und dann mit Feuer oder mit Wasser, daran konnte er sich ja nicht so genau erinnern, irgendwas noch nachschieben. Und, äh, ja, Feuer haben wir ja in petto. Wasser bräuchte ich dann auch noch für eine andere Sache, nämlich für die Tür, an der wir gleich wieder vorbeikommen. So, aber hier wechsle ich jetzt wieder die Ebene. Das heißt, hier kann ich gleich nochmal auf die Karte gucken. Ob wir vielleicht in der Nähe irgendeinen X noch haben. Ich hoffe halt wirklich, dass das hier sauber abgebildet ist und dass man sich darauf verlassen kann, dass wirklich, wirklich, wirklich dort, wo noch Interaktionsmöglichkeiten bestehen, dass man das hier auch, äh, erkennt. Oder, ja, Interaktionsmöglichkeiten oder halt irgendwie, keine Ahnung, eine Cutscene oder so. Ist ja egal. Hauptsache Progress. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall schön in der nächsten großen Sackgasse gelandet. Das hab ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber es war irgendwie klar. Aber lieber so, als nonstop mit Bugs behelligt zu werden. Das muss ich ganz klar sagen. Lieber suche ich eine Weile und drehe mich hier ein bisschen im Kreis, als die ganze Zeit das Spiel neu starten zu müssen. So, da hinten ist wieder so ein komischer Kringel. Aber Kringel hieß doch speichern. Hatte ich mir zumindest irgendwann mal so ausgemalt. In diesem Riesenraum da, ist das der Gargoyle-Raum? Ja, das ist der Gargoyle-Raum, den erkenne ich. Da ist klar, warum wir da noch ein X haben. Das ist, äh, völlig nachvollziehbar. In einigen anderen Räumen hingegen nicht so ganz. Nein, du solltest nicht nochmal nach unten laufen. Das war übrigens der Raum, wo wir den Arm seinerzeit aufgesammelt haben. Was ist mit Kessel gemeint? Mich würde auch so interessieren, ob wir diesen besagten Kessel schon gesehen haben. Oder ob ich den vielleicht erst noch finden muss, weil der sich vielleicht in einem Raum befindet, in dem ich noch gar nicht drin gewesen bin. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass man, um diesen Kessel zu finden, zum Beispiel erst mal hinter diese versteinerte Wand muss. Also, dass ich vielleicht irgendwo das Wasser bisher übersehen habe, was man irgendwo mitnehmen kann. Und mir damit erst mal den Zugang in dieses Areal verschaffen muss. Wisst ihr, was ich meine? So abwegig finde ich das nämlich gar nicht. Aber Wasser, das klingt so simpel. Das klingt echt nicht so kompliziert. Da habe ich echt das Gefühl, was übersehen zu haben, was ich schon lange, schon lange beschaffen könnte. Aber dieser ganze Raum, der hat auch einen Haken. Was ich übrigens auch hart unlogisch finde. Wie kann dieser Raum denn einen Haken haben? Und vor allen Dingen ergibt das gar keinen Sinn, dass hier angrenzend kein Raum abgebildet ist, den ich noch nicht betreten habe. Da hinten ist aber noch ein X auf der rechten Seite. Wie kann das denn sein? Warte mal, das muss doch diese Etage sein. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ey, der Part könnte übrigens wieder Überlänge haben. Ich bin jetzt schon wieder bei einer Stunde, fünf Minuten. Aber ich will jetzt einmal nochmal kurz hier gucken. Kann es sein, dass ich hier was ausgelassen habe? Oder habe ich die Karte gerade nur falsch gelesen? Nee, das ist der andere Raum. Okay, warte mal, das ist ja jetzt nochmal interessant. Das ist sehr interessant. Hier soll ich was ausgelassen haben? Warte, ich will mir das nochmal schwarz auf weiß anzeigen lassen. Und das muss ja dann auch auf dieser Ebene sein, oder? Weil wenn ich runtergehe... Dann haben wir wieder einen anderen Bereich. Okay, meine Aufmerksamkeit ist geweckt. Jetzt bin ich schon wieder traurig, dass der Part gleich zu Ende ist. Man, die Kämpfe nerven. Ich flüchte die ganze Zeit, deswegen kriegen wir hier auch gerade keine Level-Ups. Wo hat Tante Negoia hier irgendwas übersehen? Die Seite, die ich gerade entlang laufe, die scheint eher weniger richtig zu sein. Ich will nur einmal kurz checken, ob diese Ebene hier, ob die auf der Karte dem Häkchen oder dem X zugewiesen ist. Das Häkchen ist am leuchten. Okay, das ist gut, weil das grenzt nämlich den Bereich so ein bisschen ein. Wo wir jetzt theoretisch nochmal nachgucken sollten. Hier vielleicht in diesem ganzen Gerümpel? Was aber eigentlich auch keinen Sinn ergibt, weil sie hat das nie kommentiert. Und wenn du an der richtigen Stelle bist und dir einfach nur irgendein Item fehlt, dann kommentiert sie das doch trotzdem. Kann ich mit dem Dude hier nochmal reden? Also hier ist einfach überhaupt nichts. Wie kann man die Karte hilfreich finden, wenn du ständig auf so eine falsche Fährte gelockt wirst? Oder ist das ein Fehler und das X bezieht sich auf die untere Ebene? Boah, ich check das nicht. Also der Einstieg in die nächste Aufnahmesession wird auf jeden Fall eine Vollkatastrophe sein. Ich gucke mal eben kurz, wo ich jetzt als nächstes abspeichern kann gleich. Wobei das wird im Rätselraum nebenan sein. Ich muss gar nicht lange suchen. Und dann bin ich einfach irgendwo im Nirgendwo. Aber ich werde mich vielleicht ein bisschen durch die letzten Parts auch durchgucken und vielleicht einen Verwendungszweck für die ganzen Items, die jetzt neu dazugekommen sind, rauskriegen. Aber mich nervt gerade am allermeisten, es würde ja auch Spaß machen, mit der Karte zu arbeiten. Aber hier ist doch ganz klar, zumindest nach meinem Verständnis, dass hier irgendwas sein muss. Oder ich habe an der richtigen Stelle einfach nicht X gedrückt, weil ich vielleicht in einem blöden Winkel oder so da stand. I don't know. Gut, ihr Lieben, beim nächsten Mal werde ich hoffentlich ein bisschen schlauer sein. Drückt mir die Daumen, drückt uns die Daumen, dass wir ein bisschen Progress generieren und irgendwie halbwegs einen roten Faden haben werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!